Ja, hier ist Marwan, euer IT-Trainer. Willkommen zum dritten Film vom Excel 2010 Workshop Formatieren, Filtern und Analysieren. Wir hatten in dem vorigen Film hier ein bisschen über Formatieren gesprochen und wir haben kennengelernt, wie man durch Tabellen formatieren kann und was man so alles mit Tabellen machen kann und wie sinnvoll die sind. Und in diesem zweiten Datenblock hier wollte ich euch auch etwas zum Formatieren zeigen, aber auch hier mal eine Funktion einfügen. Und zwar, wenn wir uns das hier anschauen, ich mache erstmal schnell eine Tabelle daraus. So, da haben wir das doch super schnell formatiert. Wenn wir uns das anschauen, ich habe hier ein Datum, einen Verkäufer, die Anzahl der Kunden, die er betreut hat, die Anzahl der Verkäufe, die er gemacht hat, den Umsatz, den er generiert hat und den Durchschnitt bezogen auf den Umsatz und der Anzahl der Verkäufe. Und eine Provision. Achte darauf, dass die Provision hier variabel ist. Kommt immer darauf an, was der Mitarbeiter generiert hat. So, und beginnen wir mal mit dem Durchschnitt. Ein Durchschnitt wird hier ganz einfach berechnet. Ich habe 336 Euro durch drei Verkäufe. Also ich könnte jetzt theoretisch schreiben, ist gleich. Das Excel, das Gleichzeichen bedeutet nicht eine Rechnung. Das bedeutet Zelle, arbeite. Ja, das erste ist Gleichzeichen der Zelle, nur das erste. Bedeutet immer Excel, du musst jetzt was machen. Dann sage ich, mach das hier geteilt durch das hier. So, und dann mache ich Enter und dann kommt 112. Also gar nicht so unlogisch. Wir haben damit aber ein Problem. Achte darauf, hier habe ich zum Beispiel 0 Verkäufe. Und wenn ich das runterziehe, uiuiuiui, was ist denn das für ein Unsinn? Das funktioniert gar nicht. Ei, 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 ei. Warum funktioniert das nicht? Weil Excel wird bei 0 geteilt durch 0, wird er dann einen sogenannten Rechenfehler zeigen. Hier sehen wir es. Hier, Division durch 0, das ist ein Fehler. Das nimmt er so nicht ohne weiteres hin. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen. So, bei mir seht ihr hier in der Originalversion, ich mache das mal groß, da steht 0. Da hat er die 0 also berechnet. Wo ist der Unterschied? Was habe ich gemacht? Da Excel das hier durch das hier nicht teilen wird, habe ich eine sogenannte Wenn-Funktion eingefügt. Die möchte ich euch erklären. Also, ich schreibe es erst mal hier oben hin. Ich schreibe es gleich Wenn, Klammer auf. Nun, man sieht immer, darunter ist so eine Hilfestellung. Die Funktion Wenn hat drei Argumente. Es möchte eine Prüfung haben. Er gibt die Prüfung einen Wahrwert, dann wird es das zweite Argument ausführen. Er gibt es nicht einen Wahrwert, sondern einen Falschwert, wird es das nächste, nämlich das dritte Argument ausführen. Wir sehen ja hier, Prüfung ist das erste, dann wird es das zweite, sonst wird es das dritte Argument. Okay, was ist das mit dem Wahr und Falsch? Ich schreibe mal hier, ist gleich, ist gleich, bitte, hier ist nur der Befehl, dass Excel arbeitet. Wie gesagt, 5 kleiner als 3, ist das wahr? Nein, 5 ist nicht kleiner als 3, das ist falsch. Und wenn ich Enter mache, dann steht auch hier falsch. Wenn ich aber hier geschrieben hätte, 5 größer als 3, dann steht hier wahr. Also so denkt Excel, entweder ist etwas wahr oder etwas ist falsch. Gut, das machen wir uns zunutze. Wir schreiben jetzt, ist gleich, wenn. So, jetzt sage ich ganz einfach, wenn dies hier, wenn das erste hier, wenn hier die F22 ist gleich 0, dann schreib 0. Dann schreibe ich einfach 0. Ansonsten, wenn es also nicht 0 ist, dann kannst du das geteilt durch das schreiben. Und wenn ich jetzt die Klammer zumache, dann habe ich 112. Denn 336, vergiss mal die Euroskurs, das ist hier eine Formatierungssache, 336 durch 3 ist 112. So, und genau das steht hier drin. Hier steht, wenn F26, das ist dies hier, wenn F26 gleich 0, dann schreibe 0. Und da es ja 0 ist, wird er 0 schreiben. Aber wenn du nicht 0 bist, dann schreib G26 durch F26. Und somit haben wir hier einfach die Rechnung. Hier hat er gerechnet, weil jedes Mal ist es nicht 0. Ups, hier war es 0. Dann hat er 0 geschrieben und so weiter. Das ist also eine einfache Wenn-Funktion. Wenn, Klammer auf, erstes Argument ist die Prüfung. Wenn es wahr ist, wird das zweite Argument ausgeführt. Wenn es falsch ist, wird das dritte Argument ausgeführt. Und die Provision brechen wir hier auch oder generieren wir auch mit einer Wenn-Funktion, die allerdings verschachtelt ist. Und zwar, ich schreibe es mal hier, was ich hier geschrieben habe, dann könnt ihr es besser nachvollziehen. Ich schreibe es gleich. So, wenn. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt sage ich, wenn dies hier, wenn dieser Umsatz kleiner ist gleich 100, dann macht daraus 0. Keine Chance. Du bekommst keine Provision, wenn du 100 oder weniger Euro verdient hast. Ansonsten könnt ihr jetzt schreiben 0,05. Das ist allerdings 5%. Also 5% wird geschrieben 0,05. Werde ich gleich erklären, warum das so ist. Aber wir sehen ja, hier gibt es auch 9% und 14%. Wobei man sie jetzt nicht sofort sieht. Ja, wie kommt das zustande? Ich möchte jetzt eine zweite Stufe hingehen. Und daher das dritte Argument, also ich habe hier das erste Argument, das ist die Prüfung. Das ist das erste Argument. Das hier, diese Nudel hier ist das zweite Argument. Das dritte Argument, das werde ich als Funktion einfügen, nämlich genau als eine Wenn-Funktion. Wieder, wenn dies hier kleiner ist gleich 500. Dann schreib 0,05. Da haben wir es. Ansonsten könnte ich jetzt schreiben, schreib 9. Aber ich möchte ja auch noch eine weitere Staffelung machen. Dann sage ich wieder, wenn, Klammer auf, und jetzt, wenn dies hier kleiner ist gleich 1000, dann schreib 0,09. Und zu allerletzt, alles was mehr als das 1000, also wenn es jetzt irgendwas anderes ist, sage ich, schreib 0,14. Hier, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Man macht so lange die Klammer zu, bis man die schwarz hat, weil die erste Klammer, hier diese erste Klammer, ist für dieses Wenn, die zweite Klammer ist für diese hier, das sind jetzt zwei ineinander verschachtelt, und hier die äußerste Klammer ist für die Grundfunktion. Und wenn ich jetzt Enter mache, hat er 0,05%. Entschuldigung, 0,05. Ja, aber was ist das mit diesem 0,05? Das möchte ich kurz erklären. Eine Prozentrechnung ist ja gar nicht so schwer. Wenn ich hier 100 Euro habe, von diesen 100 Euro verschenke ich 5 Euro. Wie viel Prozent habe ich verschenkt? Jeder wird sagen, 5 Prozent, das weiß man einfach, 5 pro 100. Aber wie wird das berechnet? Wird so berechnet, ist gleich dies hier, geteilt durch dies hier. Und dann habe ich hier 0,05. Die Formatierung, die wir gerade vorher hatten, das ist eine Zahl, Standardzahl. Ich möchte daraus Prozent, und jetzt klicke ich drauf, und da sehe ich tatsächlich 5%. Ja, also das Ergebnis hier auch, wenn ich normal schon 0,05, da habe ich so eine Zahl 0,05. Wenn ich daraus Prozent mache, habe ich 5%. Und das ist natürlich für uns ganz einfach, wenn wir jetzt rechnen wollen, zum Beispiel, was sind diese 363 in Bezug zu dem gesamten Umsatz. Nun, der gesamte Umsatz, ich kann ja hier ganz einfach Folgendes machen. Was ist der Gesamtumsatz? Der Gesamtumsatz, nehmen wir das mal weg hier. Hier, Gesamtumsatz ist gleich, so, hier, Zelle aktivieren, Summe, Klammer auf, ich gehe hier runter, und zack, Klammer zu, Enter. Mal schauen, was da rausgekommen ist. Da habe ich es. Das ist der Gesamtumsatz. Ich mache mal daraus schnell eine Währung mit keinen Kommas. So, also gut, 17.190. Jetzt möchte ich wissen, wie viel Prozent sind diese hier von dem Gesamtumsatz? Dann kann ich sagen, ich schreibe mal das hier rein, ist gleich, das hier, analog zu den 5, geteilt durch, das hier analog zu 100, ist gleich. Das ist also die Zahl, die rauskommt, und wenn ich wissen möchte, wie viel Prozent das sind, dann klicke ich hier drauf, und dann sehe ich, das sind 2%. Ja, 2% von dem Gesamtumsatz. Und wenn ich jetzt jedes Einzelne rechnen würde, das können wir eigentlich auch machen, man könnte jetzt eine Spalte einfügen, und das dann immer darstellen, wie viel er vom Gesamtumsatz gemacht hat. Das machen wir aber jetzt nicht. Ich wollte nur ganz kurz mal auf diese Prozentrechnung eingehen. So, und so haben wir jetzt hier die verschiedenen Prozent. Das erklärt, warum der hier zum Beispiel 14% kommt, weil er hier für 1.184 Euro etwas verkauft hat, während dieser hier 9% bekommt, weil er zwischen 500 und 1.000 lag. Und dieser hier bekommt nur 5%. Dieser hier bekommt 0%, der Ahmed hier, weil er einen Verkauf hat, ja, er hat nur 55 Euro generiert, also da, der verdient nicht, jetzt eine Provision zu bekommen. Ja, so viel zu der Wenn-Funktion. Und die Formatierung insofern ist ganz einfach. Wir haben jetzt also hier diese Berechnung gehabt, Entschuldigung, und da müssten wir jetzt einfach hier runtergehen, so, nun, wenn ich hier markiert habe, und da kann ich auch sagen, mach es mal Standard. Hier, da sind wir ohne Prozente. Und wenn ich sage, mach daraus Prozente, dann sieht das so aus. Auch dies hier, das sieht nicht so gut aus. 112,00, das brauchen wir nicht. Steuerung, Umschalt, Pfeil nach unten, Steuerung 1, bedeutet formatieren, mach daraus eine Währung, mit 0 Komma stellen. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Auch hier habe ich nach den Kommas nichts, da können wir uns das, oh, warum gehe ich so hoch? Ja, das ist auch ein Problem. Dies hoch und runter scrollen, das ist ja so widerlich. Ich zeige euch mal, wie das besser geht. Kann ich ja eigentlich auch so machen. Wenn ich hier bin und zum untersten Datensatz navigieren will, ja, dann drückt man mit einer Hand Steuerung und dann mit der anderen Hand Pfeil nach unten. Und da bin ich beim untersten Datensatz in diesem Block. Wieder Steuerung, Pfeil nach oben, bin ich am obersten Datensatz dieses Blocks und wenn ich jetzt noch einmal Steuerung Pfeil nach oben mache, dann komme ich zum nächsten Datensatz und zwar hier der Fuß von der vorigen Tabelle. und da bin ich oben. Das ist natürlich die schickere Art und Weise hier. Ich habe jetzt Pfeil nach links gemacht, Pfeil nach oben, Pfeil nach rechts bin ich ja bei der letzten Zelle, X, F, D, Pfeil nach links bei der ersten Zelle. Aber wenn ich hier bin und jetzt Pfeil nach rechts mache, dann komme ich wahrscheinlich zum Mitarbeiter. Da bin ich beim Mitarbeiter. Nochmal Pfeil nach rechts bei Juni, unten, unten, so. Ja, also gut, also dies hoch und runter scrollen ist also keine schöne Sache, soll ich mir auch abgewöhnen. Das war es hier zu dem Formatieren von Datensätzen, auch zu dem Formatieren von Prozentsätzen und Euros und zu der Erstellung von Tabellen und wir treffen uns im nächsten Video und sprechen dann über Namen und Spezialfilter. Bis zum nächsten Mal.